Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Momentan traden wir bei ungefähr 16.800 US-Dollar. Wenig Veränderung im Gegensatz zum Livestream gestern. Also wir konsolidieren weiterhin in einer relativ engen Seitwärtsrange. Trotzdem schauen wir uns weiterhin an, was heute im Laufe des Tages noch passieren kann. Welche Level auf jeden Fall interessant sein könnten. Ihr seht schon, ich habe hier so ein kleines Fractal nochmal ausprobiert. Das habe ich gestern schon im Livestream gezeigt. Wollte ich heute auf jeden Fall noch ins Video mit reinbringen. Ansonsten bevor wir starten, lasst doch das Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Gerne einen Kommentar unten da lassen und wenn noch nicht in der Talk- und Signalgruppe ist, linkt wir mal unten in der Videobeschreibung. Und damit habe ich genug Eigenwerbung gemacht. Jetzt starten wir durch. Wie gesagt 16.800 US-Dollar circa. Wir haben hier ein bisschen Probleme über diese letzten Hochs bei ungefähr 16.890 US-Dollar zu kommen. Wir wurden jetzt hier schon das zweite Mal in Anführungszeichen rejected. Kann man jetzt nicht wirklich dazu sagen, aber trotzdem, wir kommen hier einfach nicht über den Widerstand auf dem Einstundenchart. Ganz guter Gegencheck nochmal mit unserem Traders-Reality-Indikator. Auch hier sehen wir keine wirklichen Vektoren, keine wirklichen Impulse hier nach oben. Also sehr, sehr wenige Impulse, die uns hier nach oben führen. Die lila Range wurde hier zwar nochmal getestet, wir wurden zurückgewiesen. Aber ansonsten tut sich hier ehrlich gesagt reichlich wenig. Ich habe gestern ja noch zwei Setups in die Gruppe gepostet. Einerseits eben diesen BTC-Short bei ungefähr 16.900. Ich glaube 30 oder so müsste der Entry sein. Lasst mich lügen, müsst ihr dann nochmal selber in der Gruppe nachgucken. Aber müsste so in der Region sein. Ich muss das nochmal ganz kurz verschieben. 16.950 irgendwie so in die Region. Auf jeden Fall ist der Short-Entry in der Gruppe gesetzt worden. Ich gehe auch weiterhin davon aus. Und zwar, was spricht dafür? Ihr seht dieses Fractal hier auf dem 1-Stunden-Chart. Und zwar ist es einfach die Bewegung, die wir genau vor einer Woche hier am Montag und Dienstag hatten. Klar, wir haben jetzt schon Donnerstag. Das heißt, ob das jetzt wirklich noch so valider ist, wird sich dann zeigen. Aber es passt ziemlich wie, darf man das sagen? Arsch auf einmal. Kann man auf jeden Fall mal sagen. Es passt wie Arsch auf einmal ziemlich. Bis klar, man kann hier noch sagen, okay, die Wicks hatten wir noch nicht. Die können natürlich noch kommen. Je nachdem, wie weit man das Fractal eben nach außen zieht. Also momentan zumindest passt es einigermaßen so von dieser Seitwärtsphase, von dieser Struktur. Man muss auch dazu sagen, diese Wicks waren dann eher, um noch ein paar Liquidationen auszulösen. Aber es ist nicht unwahrscheinlich. Es würde zu unserem Golden Pocket, das heißt zu unserem Short passen. Dann eben unten nochmal so dieses Low. Dann hätten wir nochmal so einen kleineren doppelten Boden. Und dann eben dieses Breakout. Trotzdem, wie gesagt, die meiste Liquidationsansammlung, die wir momentan haben, liegt einfach weiterhin hier unten in diesem Bereich bei ungefähr 16.550 US-Dollar. Also es ist weiterhin, hier unten liegt unser Vektor, hier unten liegt unsere Demandzone. Das ist eigentlich die Liquidität, die ich schon seit letzter Woche immer wieder sage, die möchte ich mir gerne holen. Aber die haben wir uns noch nicht geholt. Und der Short, den wir hier oben aufgemacht haben, der läuft weiterhin. Also auch hier 75% erster Mal zu. Nochmal so als kleiner Reminder für jeden, der das Video jetzt erst sieht. Ja, ansonsten tut sich bei BTC wenig. Also ich warte hier entweder auf nochmal einen neuen Short-Impuls. Das heißt, wir hätten dann zwei Shorts offen momentan. Oder dann hier unten eben nochmal diesen Long-Impuls. Auch wenn meine Long-Position hier noch läuft. Ich wurde noch nicht ausgestoppt. Stop-Loss wurde noch nicht getriggert, zum Glück. Aber gut, es kann auch kommen. Ansonsten, wie gesagt, die nächste Long-Order liegt hier unten in dem Bereich der 16.500 US-Dollar. Was müssen wir jetzt hier noch weiter rumreden? Das bringt nichts. Wir müssen warten, bis hier wirklich einer der Zonen hier wirklich mal angelaufen kriegt. Ich kann euch jetzt sonst was erzählen, wie es denn morgen auf 18k. Aber es tut sich einfach zu wenig. Es ist momentan wirklich schwer, hier irgendwie mal einen Einstieg zu finden. Und ich würde auch jeden abraten, weil wir gestern auch das Thema im Livestream hatten. Momentan irgendwie genau in dieser Zone hier Long- oder Short zu gehen. Es macht keinen Sinn. Wir befinden uns in Niemandsland. Die Chance ist 50-50 und eine 50-50 Chance. Das ist wie im Casino. Da kann ich auch ins Casino einfach zocken gehen. Da würde ich einfach die Finger von lassen. Ansonsten RSI gibt uns wenig Signale. Vektoren liegen hier unten. Liquidität liegt hier oben. Mehr gibt es momentan nicht zu sagen. Und mehr haben wir auch im Livestream nicht angesprochen. Gut, dann gleich der Blick rüber zu Ethereum. Auch hier gleiches Bild. Hier haben wir nicht ungefähr hier die gleiche Bewegung wie letzte Woche. Deswegen habe ich das Fractal hier rausgelassen. Wir befinden uns aber weiterhin hier in dieser, ich sage jetzt mal Buy-Zone. In dieser 4-Stunden- und 1-Stunden-Demand-Zone. Das ist diese große grüne Box. Das Golden Pocket liegt weiterhin bei 1.212 US-Dollar, 1.211, je nach Chart-Bild ungefähr. Aber auch hier wenig Veränderung. Das Golden Pocket wurde noch nicht erreicht. Meine Long Order wurde zwar getriggert. Erster TP ausgelöst. Aber ich traue dieser ganzen Sache noch nicht. Weil normalerweise möchte ich, wenn wir solche Zonen treffen, wie eine 1- und 4-Stunden-Demand, wo ja die Liquidität liegt, möchte ich auch im Bounce sehen. Den sehen wir hier aber nicht. Klar, wir haben eine kurze Gegenreaktion bis 1.240 bekommen. Mehr war es aber auch bisher nicht. Jetzt müssen wir einfach mal abwarten, wo sich der Kurs entscheidet. Wir haben im RSI Luft. Was man natürlich dazu sagen muss, okay, wir haben jetzt nicht unbedingt gerade so ein bullisches Zeichen, indem wir hier nämlich ein tieferes Hoch bilden im RSI, aber dafür wieder ein höheres Hoch. Auch haben wir hier wiederum eine Hidden Bearish Divergence, die man aber auch sagen könnte, was in so kleinen Timeframes passiert, ist schon wieder ausgespielt. Also da ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, die Short Order momentan im Bereich da oben, 1.253 gilt momentan noch. Aber auch hier kann es jederzeit sein, dass ich, sollten wir hier runter erst kommen in das Golden Pocket, werde ich wahrscheinlich die Order hier oben erst einmal löschen, weil sie natürlich dann invalider wird. Also da immer mal ein bisschen gucken. Ich werde die Dinger zukünftig auch anpinnen in der Gruppe, weil das Risiko einfach zu hoch ist, dass es untergeht, dass viele das noch im Kopf haben und dann aber im Endeffekt die Order dann schon wieder invalide ist. Deswegen werde ich dann mal gucken, wie ich das noch am besten mache. Aber ansonsten tut sich hier auch relativ wenig. Wie gesagt, da brauchen wir uns jetzt auch nicht zu lange drauf aushalten. Wir gucken mal noch ganz kurz auf ein paar Altcoins. XRP hat noch nicht unsere Zone hier unten abgeholt. Also auch hier Seitwärtsphase. B&B Seitwärtsphase. Auch hier habe ich ja glaube ich nochmal so ein kleines Setup reingepostet. Das bilde ich mir zumindest ein. Vom Golden Pocket her würde das ungefähr bei 287 US-Dollar liegen. Das wurde hier aber auch noch nicht ausgelöst. Also auch hier die Seitwärtsphase erst einmal deutlich, deutlich übergeordnet. Was hier zählt, wenig Bewegung. Was wir gestern noch angesprochen, beziehungsweise was ich noch dazu sagen könnte, Litecoin hat da jetzt nochmal so einen kleinen Abverkaufsimpuls bekommen, wollte ich noch dazu sagen. Also auch hier sind mittlerweile 75% zu. Wir schauen mal, wir sind unter das Golden Pocket gefallen. Ich werde die Position dann wahrscheinlich hier beim 0786er endgültig dann zumachen. Eventuell sogar hier unten in dem Bereich der 72 US-Dollar eine kleine vorläufige Long-Position. Wir schauen mal, wie dann hier die Reaktion ist und ob es sich lohnt. Und ansonsten wäre hier dieses übergeordnet von dieser Gesamtbewegung hier, befinden wir uns jetzt im Golden Pocket. Deswegen die 75% erstmal zu. 25% Short, lass mal laufen. Juckt es nicht mehr genauso wie bei BTC. Wenn es weiter runter geht, irgendwann schließe ich den. Ansonsten ist es ein guter Hatch nochmal. Sollten wir hier mal eine Risky Long oder sowas eingehen, finde ich. Und was haben wir gestern noch besprochen? Phantom, auch gestern im 1-Stunden-Chart angesprochen, beziehungsweise im Livestream halt gestern. Die Situation auch wieder ein bisschen beschissen gestern. Gestern habe ich noch gesagt, ja, wo wir im Livestream waren, das war glaube ich um 19 Uhr. Uns fehlt hier noch dieses Lower Low. Das haben wir dann genau nach dem Livestream ist dieses Lower Low mit einer Bullish Divergence gekommen. Ansonsten hätten wir da natürlich auch nochmal eine kleine Long-Position probieren können, weil wir hier am Support waren. Wir waren an unserer Support-Zone hier am 0,382er. Ja, daraufhin kam die Gegenbewegung, wurde jetzt aber schon wieder hier einigermaßen aufgelöst. Also hier momentan erstmal Finger weg vom Long-Hebel. Nächste Station wäre dann hier unten der Bereich um 0,22. Ansonsten haben wir übergeordnet nochmal darüber gesprochen, dass ein Bereich hier um die 0,205 nochmal ein möglicher Einstieg auch für größere Spotkäufe wäre oder dann auch für so einen kleinen Swing-Trade Long-mäßig sollten wir hier nochmal runterkommen. Das würde natürlich bedeuten, dass Bitcoin auch nochmal einen deutlichen Satz nach unten macht. Ist aber weiterhin, muss man auch dazu sagen, ein Lower Low ist nicht ausgeschlossen. Und darauf muss man sich meines Erachtens immer noch ein bisschen vorbereiten. Ich sage mal so 14, 15k müssen wir im Kopf behalten. Deswegen gehe ich auch noch nicht all in, auch wenn wir im Moment haben bei 16, 15. Wenn man es so sieht, sind es eigentlich nur, ich sage jetzt mal vom Risiko zwischen 10 und 15 Prozent, was wir jetzt noch Downside erwarten könnten oder erwarten sollten für unser Risk-Management. Aber wie gesagt, man muss ja jetzt noch nicht all in gehen oder so, wenn man möglicherweise sogar noch so einen kleinen Drop erwartet. Deswegen human reingehen, immer mal ein bisschen die Dips kaufen oder sich Nachkaufzonen setzen. Aber all in rate ich weiterhin zumindest erst einmal ab. Gut, mehr Altcoin-Wünsche gab es, glaube ich, meines Erachtens nicht. Vielleicht kommt heute Abend noch mal, nachdem Livestream ja heute Abend ausfällt, also noch mal für alle. Ich werde auch zukünftig eine Umfrage machen, Mittwoch oder Donnerstag Livestream. Wird, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, wird noch ein Video kommen. Ich habe die Genehmigung bekommen. Ihr werdet dann verstehen, warum ich da eine Genehmigung gebraucht habe für dieses Video. Wird ein Drei- oder Vierteiler, so viel kann ich schon mal verraten. Aber weiß ich noch nicht, ob es heute kommt oder am Wochenende. Muss ich mal gucken, wie ich das zeitlich unterkriege. Aber könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Ich finde es auch cool, dass ich da die Genehmigung bekommen habe. Ihr seht dann, warum ich da wirklich die Genehmigung gebraucht habe. Aber ist vielleicht mal das erste, so der kleine Einstieg in der Reaction und so eine Art Podcasting und sowas. Müssen wir mal schauen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es gut bei euch ankommt. Und ansonsten, wie gesagt, tut sich wenig an den Märkten. Wir müssen einfach warten, bis hier eine klare Reaktion kommt. Wir schauen noch ganz kurz die News an. Digitaler Euro-Bürger in den Niederlanden protestieren. So ist es richtig. Nieder mit dem digitalen Euro. Mich wundert das. Überlebt der Euro überhaupt noch, bis wir den digitalen Euro haben? Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht überlebt der Shitcoin gar nicht mehr. Da gibt es keinen digitalen Euro, weil man keine, ja, keine Währung mehr dahinter ist. Oder keine Kohle mehr. Egal. Link müsste, oder der Artikel müsste mittlerweile in der Telegram-Gruppe drin sein. Schaut euch das gerne an. Ansonsten, wie gesagt, Livestream heute Abend fällt leider aus. Deswegen hatten wir gestern den Livestream. Video kommt dann eventuell heute Abend nochmal eins oder heute Nachmittag. Je nachdem, wie ich es schaffe, nochmal eins zu drehen. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Start an den Tag. Wir hören uns in der Telegram-Gruppe. Lasst dem Video gerne ein Like. Da abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, guten Start an den Tag. Einen bullischen Tag an den Tag. Einen erfolgreichen Tag wünsche ich euch da draußen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und stay crypto.